Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier und heute gibt es zwei Raids, einen auf Woods, einen auf Customs. Auf Woods war ich der Meinung, ich verfolge einen Sniper, wie es sich am Ende herausstellt, waren es vier und auf Customs hat es mir das Herz gebracht. Viel Spaß mit dem Video, lasst mir gerne ein Abo oder Like, da würde ich mich riesig freuen, wie immer. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, euer Senseless, tschüssi. Jetzt habe ich Angst, Cola, jetzt nehme ich dich nicht mehr mit. Oh! 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 Der hat es hinter sich. Der Sniper ist umgezogen. Mal finden wir den, wenn wir jetzt nicht gleich daneben liegen. Oh, armer Level 2 Spieler, Mann. Ich lasse ihn mal seinem Zeug. Der Sniper hat die Position gewechselt. Der hat uns angemeckert. Glaube ich fast nicht, oder? Da hinten liegt er. Den versuchen wir uns zu holen. Wir holen schön weit aus und dann falten wir ihn in den Rücken. Meinst du, der hat sich resetet? Hat Klaus auch gemacht, ja, kann sein. Ist nicht auszuschließen, aber ich glaube auch ein bisschen unbeholfen. Ich bin ja nun nicht gerade leise gelaufen, das hätte er hören müssen, wo ich bin oder so. Nicht mit mir. Wie viel gibt es noch von euch? Ist jetzt hier mal Ruhe. Ich Großfresser. Svts, herrne mit. Oh, das ist in der Mio. Osterhund, Osterhund, Osterhund. Nein. Nein. Ach, leck mich am Arsch. Da waren noch zwei solche Säcke. Alter, leck mich am Arsch. Das gibt es doch gar nicht. Ich hätte die Max nachladen müssen. Alter, das ist so ein Scheiß. Naja, aber alles in allem. War es ein guter Rät. Das ist so ein Schuss. Fuck, man. Die haben dort eine Tür aufgemacht, sind die über mir. Hört sich aber an, als wären sie unten. Ich hasse das Audio. E-Tal. diese armen sehen das waren bestimmt ganz arme seelen ich habe das doch schon gehört dieser langsam schleich es tut mir noch jetzt schon so leid ja dann schauen wir mal was was wir da so erlegt haben es tut mir schon in der seele weh die armen die haben fröhlich gelootet hier oben den rucksack hätte ich eigentlich nehmen können aber nein ich brauche keinen Loot ich muss heute nichts luden so so ich bin mir nicht sicher ob ich Steps gehört habe draußen so 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 das Wehrhaus kann ich mir sparen weil ohne Lampe da ist doch einer dran da kann man doch direkt mal rein naja ich will ja eh kein Loot und steh auf vielleicht findet man den ein oder anderen Schlüssel oder so kleinen Kram den man mitnehmen kann ja der ist nicht oh ich habe Mieten zwei Stück sogar so 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 Alter, in die Ecke habe ich auch noch nie geguckt. Betonmischablin, Junge. Gut, Manners, das war's für heute. Oh, ich habe die Lautstärke auch. Hat zwar jetzt nichts damit zu tun, aber ich sehe gerade, ich habe vergessen, meine Lautstärke hochzudrehen. Eine Luger hat mir direkt die Beine weggeschossen. So, ich danke euch fürs Reinschauen und für die Kommentare. Und ja, wir sehen uns dann Freitag auf jeden Fall. Morgen weiß ich nicht, wie ich lustig bin morgen. Kann sein, dass ich morgen auch wieder, dass es mich morgen reitet und dass ich hier wieder Barretes mache. Ansonsten auf jeden Fall Freitag dann so 19.30 Uhr. Bis dahin, ich wünsche euch was. Schönen Abend. Tschüssi. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.